Hallo, freut mich, dass du hier bei SnowRunner dabei bist. Ja, ich habe eine Mission angenommen, Lieferung für Steel River. Der schwankt ganz schön. Wir sollen Verbrauchsgüter an Stadtlager liefern, Holzplacken an Stadtlager und einen Tankanhänger, der irgendwo steht. Ich habe mir den Weg schon angeguckt mit meinem Pickup. Ich habe auch einen Machtturm noch freigeschaltet, dass ich ein bisschen Überblick habe. Ja, wir haben mit diesem hier leider nur Straßenbereiflung, kein Allrad, kein Differenzial. So, hier mal mit Schwung durch. Die Pfütze sollte gehen. So, ich bin unterwegs zur Farm, zum Verbrauchsgüter aufnehmen. Allerdings weiß ich nicht, wie es da aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte erst den DLC-Truck nehmen, den mit Allrad und Differenzial. Aber der hat keine Pritsche hinten drauf. So, hier ist die Farm. Oh, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Mal sehen. Na, hier geht noch. Okay. Ja, eine Pritsche draufbauen kann ich mir nicht leisten. Achtung, wir hatten dieses Schlammloch da gebaut. Kann ich da auf der anderen Seite entlang? Oh, da möchte ich nicht reinfahren. Frachtverwaltung, okay. Das haben wir geschafft, Verbrauchsgüter. F laden und nochmal laden, zweimal. So, die haben wir. Die bringen wir jetzt, wenn ich hier rauskomme, zur Stadt, zum Stadtlager. Dann holen wir das Holz. Und für den Tankanhänger brauche ich definitiv ein anderes Fahrzeug. Da komme ich mit dem niemals durch. Ich bin den Weg mit dem Pickup gefahren. Ja, da habe ich mir die neue Federung reingebaut. Die ist jetzt höher. Da sind wir trotzdem schlechteren Reifen hingekommen. Weil ansonsten, da gibt es nur Schlamm. Und nur Dinge, ich hatte echt Probleme, mit dem Pickup durchzukommen. Da komme ich mit dem ganz sicher nicht durch. So, hier ist ein bisschen fester Untergrund. Dann markiere ich mir kurz mal die Route. Eigentlich geht es ja auch nur geradeaus. Aber sicherheitshalber. So, wir auch hier durch die Pfütze kommen wir, hoffe ich. So, Stadtlager. Den Rest sollten wir dann finden. So, los geht's. Da vorne ist meine Markierung, die erste. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen den Berg hoch. Habe einen Wachtturm freigeschaltet. Nichts Besonderes. Ein Upgrade entdeckt. Das finde ich sehr gut. Das holen wir bei Gelegenheit. Ich würde mir nur für den Pickup gerne neue Reifen kaufen. Am besten Schlammreifen. Oder zumindest Offroad. Weil mit dem hier kann ich nicht viel anfangen. Der andere Truck, der draußen neben der Werkstatt stand, der hätte zwar Allrad. Der hätte zwar Allrad, aber leider hat der auch keine Pritsche. Und dieser Pritschenaufbau kostet 4.000 oder 4.900 oder was. So viel Geld habe ich nicht, um mir den zu leisten. Also noch nicht zumindest. Was ich machen könnte, wäre natürlich Anhänger nehmen. Da stehen da draußen welche rum. Da sind zwar schon Stahlträger drauf, aber... Äh, wie ist es lang da? Da sind Stahlträger drauf. Die könnte man aber abladen, denke ich. Aber wie gesagt, der hat auch Straßenbereifung dann. Aber gut, der hätte dann zumindest Allrad und ich glaube sogar Differenzial. Unsere selbstgebaute Brücke. Oder wo wir das Material angeliefert haben. Gut, dass es die gibt. Ja, ich habe noch ein, zwei kleine Missionen entdeckt, die da so... Äh, weiß ich nicht warum Nebenmissionen oder nicht, weil Hauptmissionen gibt es hier ja auch. Eine davon machen wir gerade. Wir sollen hier die Bevölkerung unterstützen. Lieferung an Steel River. So, die Verbrauchsgüter haben wir. Die Holzplanken sind kein Problem. Wie gesagt, für den Tankanhänger, da müssen wir ein anderes Gerät nehmen. Äh, wie war das? Ich muss da nicht außen rumfahren. Oh, ich mache das Auto kaputt. Naja, super. Ich mache es halt die Straßensperre weg. Ich will hier durch. Na, komm schon, das packst du. Na, also geht doch nicht zu weit reinrutschen in den Dreck. So. Jetzt geht das Auto nicht kaputt. Kann ich gleich tanken, wenn ich schon hier bin. Na, tanken wollte ich. Nicht rückwärts rollen. 29 Liter. Und weiter geht's. Ja, Gott sei Dank muss ich für Sprit und Reparaturen in dem Kampagnen-Spiel-Modus nichts bezahlen. Es gibt auch einen Hard-Mode, da muss man für alles bezahlen. Aber wenn ich den spiele, komme ich zu gar nichts, glaube ich. Also weder zum neuen LKW noch zu irgendeinem neuen Auto oder sonst was. Da geht mein ganzes Geld für Sprit und Reparaturen drauf. Die typischen Anfänger-Sachen halt. Also ich übe erst mal eine Weile. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt traue ich mich dann noch an den Hard-Mode. Das wollen wir mal abwarten. So, jetzt muss ich hier irgendwie... Na, ich hätte da vorne auch schon abbiegen können. Vorsicht, die Schilder sind sehr stabil. Nicht so wie man... Was steht mit dieser blöden Hänger jetzt da? Ich soll hier anliefern. Okay, das reicht schon. Na, Gott sei Dank. Entladen. Sehr gut, das haben wir schon mal geschafft. Ein Teil der Aufgabe erfüllt. Sind Hänger da, die man wegräumen kann? Naja. So, okay, wir brauchen den Weg zum Sägewerk. Ich würde sagen, da ist ein Weg so gut wie der andere, außer natürlich hier in der Mitte durch. Das sind, glaube ich, keine Wege. Das Problem hatten wir ja schon beim Wachtturm hier hinten. Hier, da dachte ich auch, das hier sei eine Straße, aber weit, weit daneben. Das war alles nur keine Straße. Das war die absolute Katastrophe. Aber wir haben es doch noch geschafft, Gott sei Dank. So, hier muss ich hin. Dann mal los. Meine Markierung ist da. Handbremse raus. Oh, Rolling Star. Okay. So, da müssen wir nach links. Wieso sind hier alle Straßen abgesperrt? Ich will aber da durch. Hier ist doch nichts. Ein Loch im Boden. Das ist besser wie eure ganzen anderen Wege, wo ich hier für euch fahren muss. Naja, aber es könnte ja einer rein stolpern, ne? Da muss man aber schon mal sperren. Okay. Hier ist alles noch geschmeidig. So, jetzt wird es wieder ein bisschen tricky. Aber noch scheint hier trotz Regen alles einigermaßen trocken zu sein. Und wie gesagt, bergab geht es eigentlich immer irgendwie. Bäume haben wir auch. Da sollte nichts schief gehen. Da kommen wir auch mit der Schnellstraßenbereifung voran. So, da ist schon das Sägewerk. Ich denke, wir können auch den gleichen Weg zurückfahren. Ja, das ist noch recht trocken. Dafür, dass hier schon die ganze Zeit regnet. So. Da sind wir einmal aufgeladen. Und dann müssen wir zurück in die Werkstatt und schweres Gerät nehmen. Aber da gibt es eine Zeitmission oder Zeitquest. So, hier ist ganz schön matschig. Also ihre Profi und da bei der Farm, da haben sie es nicht so mit, äh, so zweimal geladen. Wunderbar. Und jetzt, ähm, vorsichtig wieder raus hier. Am besten hier wenden. Der Platz ist einigermaßen befahrbar. Im Gegensatz zu der Ein- und Ausfahrt. Aber der hat einen Wendekreis. Naja, wie ein LKW halt. So, jetzt geht's aber los. Sprit haben wir Gott sei Dank genug im Tank. So, hier durch. Komm schon, komm schon. So, jetzt bergauf. Die Winde haben wir Gott sei Dank bei jedem Fahrzeug. Wenn auch nur die normale Standard. Da gibt's auch bessere. Bin ich hier runtergekommen? Ja. Oh, 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 oh. Vorsichtig, Vorsichtig, Vorsichtig. Nicht in der Gegend spazieren schauen. Sondern auf den Weg schauen. Ich fast hätte die Straße gesagt. Naja, eher nicht. Aber schöne Gegend hier. Schön in Herbstfarben. So, hier ein bisschen seitlich fahren. Dass wenigstens zwei oder drei der sechs Räder irgendwie auf dem Festen sind. Ja, das ist easy. Das ist überhaupt kein Problem. Dann hatten wir den zweiten Teil oder einen Teil schon mal abgeschlossen, wenn wir das abgeliefert haben. Jo, dann springen wir zurück zur Werkstatt. Da benutze ich dann einfach die Bergefunktion, weil alles nochmal fahren. Das ist, wow, vorsichtig. Alles nochmal fahren will ich nicht. Ich fahr wieder da rum. Weil der Anhänger da noch im Weg steht. Vielleicht sollte ich den einfach da mal wegziehen. Naja. Vielleicht sollte ich... Lust hab ich keine. Geht ja auch so. So, schön rein da. Ja, Anhänger ankoppeln, genau. So, einmal, zweimal. Das wäre geschafft. Oh, ich hab rausgemacht, statt die Handbremse anzuziehen. Naja. So, wie gesagt, jetzt brauchen wir schweres Gerät. Deshalb würde ich ganz einfach die Bergefunktion benutzen. Und zurück zur Werkstatt. So, vollständig repariert, nachgefüllt. Und da ist der Truck, den wir, denke ich mal, für diese Mission brauchen. So, weil... Der Anhänger ist hier hinten. Ich bin hier runtergefahren mit meinem Pickup. Und dann geht's hier lang. Und das ist, äh, ein Match hier. Und diesen Wachtturm hab ich freigeschaltet. Hier eine Mission entdeckt. Ein Upgrade entdeckt. Und hier noch eine Mission. King of the Hill. Was auch immer das sein soll. Ja, hier ist noch ein verschollener Öltank. Warum ist hier ein verschollener Öltank? Hier ist auch ein verschollener Öltank. Also, keine Ahnung. Obwohl der Öltank überall ist. Gibt anscheinend mehrere. So, wir fahren einfach hier rüber. Den kürzesten Weg. Und hier runter bis hier. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob's hier durchgeht. Und ob wir hier irgendwie dann auch in das Stadtlager kommen. Oder ob wir den ganzen Weg zurück müssen. Aber, das sehen wir dann einfach. Wir fahren jetzt einfach los. Der hat genug Dampf. Der hat Allrad. Und im Lastgang sogar noch Differenzialsperre. Der sollte das doch easy packen. Hoffe ich. Also, wenn ich's mit dem Pickup geschafft hab. Wüsste ich's doch mit dem auch schaffen. So, da geht's. Na, ich hätt' ja gleich abbiegen können. Ja, ganz schnell. Sind wir nicht unterwegs. Aber, ist ja auch eine Offroad-Simulation. Und kein Rennspiel. Also, Autorennspiel. Und es wird schon wieder dunkel. Dann würde ich mal kurz, äh. Äh, Nachmittag, 18 Uhr. Ich würde mal kurz die Zeit beschleunigen. Abend, Nacht, morgens. Dann sehen wir nämlich was. Ansonsten. Wow. Weil ansonsten, wenn's dunkel ist, müssen wir mit, äh, Licht fahren. Und das seht ihr dann wahrscheinlich gar nichts im Video. Und das will ich auch nicht. Schließlich mach ich das, damit ihr was seht. So, Allrad rein. Also, mit dem Pickup ging's hier noch einfacher durch. Aber, klar. Der hier ist auch länger. Und der Pickup ist jetzt höher. Aber, das geht schon. Allrad wieder raus. Hier geht's ohne. Oder? Naja, besser mit. Dann haben wir doch mehr Druck. Dass wir da vorankommen. So, die schönen Steine hier im Weg. Ist das der richtige Weg? So, ich glaub, mit dem Pickup bin ich woanders lang gefahren, hab ich gerade so das Gefühl. So langsam. Ja, ich glaub, mit dem Pickup bin ich hier lang gefahren. Ach, egal. Das packen wir schon. Das wird schon gehen. Zu den Felsen hier so ein bisschen ausweichen. Nicht, dass man den hängen bleibt. Ich denk, mit diesem Gefährt haben wir da keine Probleme. Ja, der wirft die Felsen einfach so zur Seite raus. Sehr gut. Okay, die Felsen sind das größte Problem. hier gerade. So, jetzt geht's wieder voran. Wenn die Felsen nachgelassen haben, passt das. So. Okay. Dieses Stück hätten wir geschafft. So. Was kommt hier auf uns zu? In das Wasserloch will ich nicht reinfahren. Aber trotzdem hier vielleicht ein bisschen seitlich. Nicht, nicht zu weit. Einfach nur hier auf dem Trockner ein Stück. Da ist eine Tankstelle. Viel Sprit haben wir ja noch nicht verbraucht. Gut. So, Allrad raus. Hier geht's ohne. So, wieder Schmutz da. Schön von dem Reifen fliegt. Das Profil wieder sauber machen. So, hier müssen wir noch um die Ecke rum. Ich weiß nicht, da einfach oben drüber werde ich nicht kommen. Ich denke, dazu ist das Ding nicht gebaut. Allrad rein. Nicht, dass wir hier hängen bleiben irgendwie. So, und hier müssen wir dann abbiegen. Hier müssen wir abbiegen. Hier kommt noch ein lustiges Stückchen. Sehr matschiges Stückchen. Irgendwie müssen wir den Hänger ja dann auch noch schleppen nachher. Also mit dem Straßen... Straßentruck wäre ich hier auf gar keinen Fall durchgekommen. Da wäre ich schon bei den Steinen nicht weitergekommen. Obwohl ich mich da glaube ich ein bisschen verfahren habe. Oder ich bin mit dem Pickup einen anderen Weg gefahren. Ja, hier ist mal richtig schlappig. Und da vorne steht schon der gute Anhänger. Der Tankanhänger. Warum wir ausgerechnet den holen sollen, weiß ich nicht. Weil da in der Nähe von unserer Werkstatt steht nochmal einer rum. Ich weiß nicht, ob es egal gewesen wäre oder nicht. Aber ich nehme mal den. Den die Quest anzeigt. Und dann tun wir unser Bestes, dass wir den hier wegkriegen. So, dann mal frisch angehängt. Ich hoffe, das geht überhaupt. Hoffe ich mal ganz stark. Es sieht so aus. Müsste gehen. Anhänger ankoppeln. Wo ist meine Maus? Koppel mal an. So, das haben wir geschafft. So, dann brauchen wir jetzt einen Rückweg. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da wirklich irgendwie da hinten lang geht. Hier ist Straßensperre. Hier ist die Brücke kaputt. Also, ich muss irgendwie den gleichen Weg zurück. Habe ich so eine dumme Befürchtung. Ich hoffe, das klappt auch. Also, hier hoch wahrscheinlich ja. Sollte eigentlich kein Problem sein. Und dann würde ich aber sagen, fahren wir hier unten lang. Hier kommen wir ja nicht durch wegen dem Strommasten. Und hier diese Strecke. Puh, da bin ich mir nicht so sicher. Aber egal, ist der kurzeste Weg. Wir probieren das einfach. So, und wenn wir hier sind, haben wir es schon geschafft dann. Der Rest ist ja ein Kinderspiel. Ich weiß gar nicht, wo ich den Anhänger abkuppeln soll bei dem Stadtlager. Aber das werden wir dann schon noch erfahren. So, dann geht's los. Einmal mit Tankanhänger. Ab ins Stadtlager. Bis jetzt noch alles gechillt. Ja, also der hier gefällt mir. Der zieht echt gut. Und wie gesagt, Hallrad. Acht antreibende Räder. Da geht schon was. Da kann man auch so mal einen Anhänger schleppen. Sehen wir, was noch auf uns zukommt hier. Die Matschlache will ich nicht unbedingt. Wow, umkippen dürfen wir allerdings auch nicht. Dann lieber vielleicht doch durch den Matsch. Ja, das packt ja easy. Würde es hier lang irgendwo gehen? Moment kurz. Äh, nein, ich glaube dann doch eher nicht. Also, den Berg hoch. Das kriegen wir hin. So, hier ist jetzt schon fast wieder eine normale Straße. Hier in diesem Spiel, in dem Fall. So, meine Markierung nebenweg gesetzt. Aber das macht ja nichts. Muss ja noch ungefähr die Richtung vorgeben. Wow, 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 wow. Vorsicht mit dem Lenken hier. So, dann einen schönen großen, weiten Bogen fahren. Hoffen, dass wir nicht den Anhänger umschmeißen oder so. Langsam. Vielleicht nicht gerade durch das Schlamm noch hier. Aber das Schild können wir ummähen. Das interessiert hier eh keinen. Okay, das hat gepasst. Wunderbar. Ich kenne die Kipp-Eigenschaften hier noch nicht so gut. Oder eigentlich natürlich nicht so gut. Ist ja noch milder ausgedrückt eigentlich gar nicht. Weil, wie gesagt, ich habe es nur ein bisschen angespült mal. Und bin hier auch totaler Anfänger. Deshalb weiß ich nicht, wann welches Fahrzeug kippt. Und wie das so funktioniert. Hier genau. Ab welcher Schräglage und so weiter. So, Allrad mal aus. Ein bisschen Sprit sparen. Weil der Allrad kostet mehr Sprit. Aber wir können hier auch gleich noch tanken. 50 Liter haben wir schon verpulvert. Wenn wir schon hier sind. Ne, ich will nicht ankoppeln. Ich will tanken. Dankeschön. So, weiter geht's. Tank ist wieder voll. Dann kann doch nichts schief gehen. Ja, Aufgabe will ich jetzt keine. Ich habe nämlich schon eine. Oh. Oh, das war nicht so gut. Moment. So, jetzt aber. Das müsste vorbei reichen. Langsam. Ach. Nicht ganz. Ah, habe ich zu spät eingeschlagen. Okay. Ist auch ein bisschen rutschig hier. So. Hier ist wieder Straße. Wo habe ich meine Markierung hingepflanscht? Die nächste. Moment. Ich muss kurz gucken. Ah, das war dieser Weg geradeaus. Okay. Na, da lassen wir uns einfach überraschen, was da noch auf uns wartet. Hier macht's Allrad an. Dann geht's besser voran. Das reimt sich. Und was reimt ist gut. Das hat schon der Pumodil gesagt. Oh, bergab. Da müssen wir die Bremse bereithalten. Na gut, der Schlamm bremst uns so. Ich glaube, da sollte nichts weiter passieren. Einfach abwärts, wo gut ist. So, nicht zu viel Gas geben jetzt. Weil der Hänger von hinten schiebt natürlich auch noch. So, da ist die Fahne. Sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich mit dem zur Farm fahren. Und die Lieferung abholen eigentlich zuerst. Aber dann hätte ich nur vom Anhänger gebraucht. Weil, wie gesagt, der hat keine Pritsche. Oh, wo habe ich mich dahin manövriert? Das war jetzt nicht so intelligent von mir. Kann ich den Punkt hier auch irgendwie ziehen? Ich kann. Okay, da... Da muss ich durch. Wow, das war so nicht gedacht. Ich hoffe, ich sauf hier nicht ab. Ich fahre hier ein bisschen an der Seite am besten. Auch wenn hier Stämmel liegen. So, Winde. Los, zieh mich. Okay. So, das geht noch. Aber wir könnten in den Lastgang schalten und uns die Finanzialen noch anmachen. So, dann sind wir zwar sehr langsam unterwegs, aber dafür stetig. Langsam und stetig. Wow, was habe ich mir hier für einen Weg ausgesucht. Also auf der Farm würde ich nicht arbeiten. Da bleibt ja selbst sogar ein Traktor stecken. Okay, das scheint unser Weg zu sein hier. So, Differenzial mal aus. Geht gerade ohne. Neu ist dann Gang rein. Wir müssen ja nicht direkt in der Wasserpfütze fahren. Wir haben ja ein bisschen Spielraum hier. So, okay. Da möchte ich nicht durch. Dann fahre ich lieber hier lang. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Ja. Ja, das passt wunderbar. Hier ist ja schon wieder alles trocken. Fast. Okay. Die Gegend doch besser, als ich gedacht habe. Also mit diesem Fahrzeug zumindest. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das hätten mit dem anderen Truck, mit der Straßenbereifung machen sollen. Äh, ist mir ein vollkommenes Rätsel, wie das gehen soll. Vielleicht eine andere Quest zuerst machen oder was. Ich weiß nicht. So, wo muss ich den eigentlich abgeben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht bei der Frachtverladung. Äh. Oh, ich fahre jetzt einfach mal hier rein. Steht ja immer noch der andere blöde Anhänger, ne? Wo soll ich den abliefern? Doch, auch da. Äh. Machen wir einen Schritt rückwärts. Vielleicht kann ich mich an dem vorbei mogeln. Wow, der hat einen Wendekreis. Ja, aber das kriegen wir hin. Können wir den Hänger ein bisschen schieben. Dafür haben wir genug Power. Der ist leer, denke ich mal. Also, glaube ich zumindest. Ich würde sagen, wir mogeln uns hier vorbei. Vielleicht können wir den anderen auch ein bisschen wegschieben. Ich hoffe, wir machen nicht alles kaputt. Wir können sogar schon abhängen. Nein, ich kann den nicht. Aber. Ich will nichts laden. Wo soll ich den Hänger abgeben? Bitte. Eigentlich wahrscheinlich hier auf dem Hängerplatz, oder? Warum liegt da Stahl? Warum liegen da Stahlträger? Warum liegt das Zeug da rum? Komm schon, schieb den ein bisschen weg, den blöden Hänger. Das war nicht der Plan jetzt hier. Kann man den so nicht schieben? Doch, natürlich. Also. Geht doch. Auftrag beendet. Lieferung für Steel River. Vielen Dank, du hast den Einwohnern sehr geholfen. Jetzt müssen wir die Erbe hochkrempeln und uns daran machen, die Stadt wieder aufzubauen. 260 Erfahrungen, nenne ich es mal. Und 2800 Geld. Dann nehme ich das gerne an. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.